Mirjana Dragicevic-Soldo ist mit Marco, dem Neffen von Pater Slavko Barbaric, verheiratet. Sie ist Mutter von zwei Mädchen und hat als erste alle zehn Geheimnisse der Gospa erhalten. Jetzt erscheint ihr die Gospa nur mehr an ihrem Geburtstag, dem 18. März, und an jedem zweiten des Monats. Sie ist verantwortlich dafür, dass die Geheimnisse gelüftet werden, wie Pater Petar Ljubicic der Öffentlichkeit bekannt geben wird, wenn die Zeit dafür kommt. Die Gospa hat sie gebeten, einen Priester zu finden, dem sie diese Geheimnisse anvertrauen wird. Und sie wird im Namen aller Seher alle Geheimnisse veröffentlichen. Es sind die gleichen Geheimnisse, aber Mirjana wird die Aufgabe haben, dass sie diese allen, die sie hören wollen, durch einen Priester bekannt gibt. Warum gerade sie? Das frage ich mich auch. Ich weiß es nicht. Sie sagte, dass der Würfel auf mich gefallen ist, und wir warten auf den Augenblick, wenn die Zeit dafür gekommen ist.